. . . Ich freue mich auf eine besondere Frau mit 64 Jahren. Sie ist zum ersten Mal auf ein Motorrad gestiegen, dann gleich mal auf Weltreise. 117 Tage lang, abenteuerlich. 18.000 km, Achtung, mit dem Motorrad, bis nach Zentralasien und wieder zurückgefahren. Wann sind Sie aufgebrochen, was haben Sie mitgenommen? Was haben Sie über sich selbst gelernt? Warum wollten Sie so was überhaupt machen? Ich wollte sehen, wie schön die Welt ist. Und ich wollte erfahren, dass die Menschen gut sind. Absoluten Respekt. Und das sieht man mal, dass Alter keine Rolle spielt. Vielen Dank. Alter, das wär was. Ich will reisen jetzt. Ich kann nicht in 20 Jahren reisen. Aber ich kann in 20 Jahren da sitzen und Kartoffeln anpflanzen. Und Hühner halten und auf Kaffeekränzchen zum Seniorennachmittag gehen. Was ist Ihr Land? In Deutschland. In Deutschland? In diesem Auto, aus Deutschland. In Pakistan, Deutschland, Freunde, Freunde. Wir wünschen Ihnen auch ein frohes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. youtube.com Copyright Untertitel� WeХrone vom BDAM Untertitelung des ZDF, 2020